So, unser nächster Schauplatz. Das ist wahrscheinlich der, wo wir sowieso schon einmal waren, oder? Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn hier? Das ist alles voller Blut. Wo ist denn das Opfer? Ein Weibsbild wollte mich töten. Mich! Ich konnte sie verwunden, doch sie lief davon. Sie griff nach einem Dolch, einem Erbstück. Ich konnte ihn abwenden und verletzte sie. Das ist ihr Blut hier. Die Blutspur führt zu den Stufen. Sie floh dort entlang. Man sieht noch das Blut. Okay. Das ist ja mal sehr interessant. Machen wir schon wieder zwei neue Schauplätze, oder? Wie läuft das jetzt hier? Hier ist sowieso klar. Warum hat der einen Käfig, Alter? Die haben wirklich alles gelagert. So, das kennen wir ja schon. Drei von vier. Wo ist denn hier noch was? Hier unten scheint noch irgendwo was zu sein. Die Blutspur, oder was? Die Blutspur führt zur Straße auf der linken Seite. Gesundheit. Besuchte Schauplätze. Drei von vier. Da fehlt noch einer. Das steht fest. Eins, zwei, drei. Ach, nee, oder? Jetzt kommt natürlich das an die Reihe, wo wir... Nee, warte mal. War es das hier, wo wir durch waren? Nee, das sieht nicht so schlimm aus. Was ist denn das da vorne? Auf der linken Seite? Da ist Blut. Die Blutspur führt nach links. Die Blutspur führt nach links. Ach so, da ist noch eine blutige Hand mit dabei. Okay. Oh ja, haben wir noch eine Blut. Fütt zum Friedhof. Die Blutspur führt geradewegs zu den Stufen. Die Blutspur endet an dieser Tür. Verschlossenes Haus. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Sie betreten eine Untersuchungszone. Ähm. Es kommt mir fast zuvor, als wenn das das ehne Haus wäre, wo wir durch wären. Sie rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte. Oh ja. Verschlossenes Haus. Hinweis eins von eins. Also, bei der einen wurde erzählt, dass eine Frau es sein muss. Der andere hat mir noch gesagt, dass er eine Frau mit einem Dolch noch abwehren konnte. Sie rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte. Durch Beschuldigung eines falschen Verdächtigen wird die Belohnung verringert. Ja, aber alles, äh, deutet wohl auf sie hin hier. Ihre Vorfahren töteten viele aus dem Templerorden. Sie verdienten einen grausamen Tod. Ja, nach der Aussage... ...kann es ja nur das Richtige gewesen sein. Ich sollte nicht hier sein. Ich habe nur ein altes Unrecht korrigiert. Ein altes Unrecht korrigiert. Also, irgendwie... ...weiß ich nicht. Das Ding hier erscheint Verbindungsprobleme zu haben. So, schicken wir sie mal für zwei Stunden los. Jeder Trottel hätte diesen Fall lösen können, sage ich. Dennoch, wählt eine Waffe, wenn ihr wollt. Schuldige Person ohne falsche Anschuldigungen gefunden. So, gucken wir mal an ein Anpassungsmenü. Alter Schwede, das ist ein Schlagstock. Das ist ja mal ein Schlagstock. Spielen sie Club-Wettstreit. Na gut, so wie das Ding verziert ist, ist klar. Diese Ausrüstung... ...Dead Kings. Diese Ausrüstung ist Teil der runterladbaren Sequenz Dead Kings. Von Assassin's Creed Unity. Ach okay, das wird wahrscheinlich dieser Bonus... ...Fall, dieser Bonus-Fall zu tun haben oder so. Na, was hast du denn jetzt schon wieder zu plappern? Ein übler Fall im Norden von Saint-Marcel, in Flussnähe. Packt Handschuhe ein. Als Politiker lebt man dieser Tage gefährlich. Vielleicht spaziert ihr mal am Louvre vorbei. Am besten in Richtung Postamt. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Am besten Richtung Postamt, na klar. Bei der Post ist immer was los, ne? Rieger! Rieger! Du kommst sofort her! Nö, wie geht das denn? So. Bleibt auch noch stehen, der Trottel. Nö, nö, nö. So ein Bullshit hier. So. Wo haben wir was? Kann es sein, dass das Sperrgebiet hier mal weiter abgegrenzt wird oder so? Ich könnte schwören, es ging mal hier bis zur Kirche. Bis zur Kapelle, meine ich. Naja, mir soll es ja egal sein, ne? So. Einweisung durch den Rad. Dann schauen wir doch mal nach, wie wir hier weiterkommen. Oder wie es hier überhaupt mal weitergeht. Auf dem Handy kann ich sowieso nichts weiter anstellen. Leider Gottes. Ach ja, wir haben auch wieder Geld in der Kasse. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Oh, schon wieder voll. Ach, du Kacke. Ich muss mal das öfter an hier vorbeikommen. Oder war das immer noch voll? Ups. Ah, das tut mir doch leid. Ja. Könnte sein, dass es immer noch voll war. Die nächste Renovierung, die kostet aber auch... 15.000, oder? Oder 150.000? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Der letzte Schliff. 15.000. Ist doch nicht übel, oder? Assassin's Creed, Dead Kings. Im Norden liegt die Stadt Franziade, in der die französischen Könige zweimal begraben wurden. Dieser Inhalt ist Teil der herunterladbaren Sequenz. Dead Kings für Assassin's Creed Unity. Ach so. Und die habe ich natürlich nicht, ne? Ich könnte ja mal kurz gucken. Aber... Ups, falsches. Falsches Menü. Jupple. Was haben wir denn Schönes hier? Das war bestimmt keine der aktivierbaren. Ein Toder wurde nahe der Palais Royal gefunden. Findet ihr heraus, wie er starb? Nee. Sieht wohl nicht so aus. Schade. Ist das wirklich nur was zum Kaufen, ne? Das ist ja übel. Machen sie Geld, wenn sie... Ja. Noch mehr Geld. Im Endeffekt. E-Shop. Will ich nicht drauf drücken. Ich weiß nicht, was passiert. Ob ich rausgeschmissen werde? Ich weiß nicht, was passiert. Das hast du ein Problem. Ein ernsthaftes... Gut, jetzt reicht es aber. Ich lass mich doch nicht angreifen. So. Der war mal. Der kann sich aber ganz schön fallen lassen hier. Der kann sich aber nicht angreifen. 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 Ja, es wurde eine Korbmission gefunden. Ich weiß. Interagieren. Ach ja, stimmt ja. Ich hätte ja auch... Ich hätte ja auch von der Wohnung aus die heruntersteigen können. Hä? Ja. Ja, wir sind Kollegen. Ich weiß. So, gucken wir mal, was wir hier Schönes machen können. Hoffentlich die, äh... Oh. Ohne Nachfragen. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre-Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Siverr hatte in der Nacht von der Lassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thune. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten drei Assassinen auf ihn an. Zwei fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Siverr traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn. Assassine. Der Rat entsendet dich zum Chor de Miracle. Finde dort den Templagenten Le Roi de Thune. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden.